Wir sind hier in Hidnau an der RAKUER Schweiz-Meisterschaft. Letztes Wochenende war hier schon ein C1-Rennen vor der EKZ-Crosstour. Dort bin ich 19 Uhr und war ein solides Rennen. Ich war zwar noch nicht ganz erholt, aber jetzt bin ich super vorbereitet und freue mich auf das Rennen bei normalen kälteren Bedingungen, als das wir letzte Wochenende hatten. Nach dem Startaufstieg war ich erst und habe mich sehr gut gefühlt. Wahrscheinlich habe ich aber ein wenig zu viel Energie gebraucht. Ich bin zwischenzeitlich auf 9 Plätze oder so zurückgekehrt. Ich konnte aber am Schluss sehr aufdrehen und konnte in der letzten Runde das Battle um ein 6er-Rennen gewinnen. Das Ziel war zwar Top 5, aber ich war sehr nah dran und habe mich gut gefühlt und habe mir maintenance zum Maximum ausgehalten. Darum bin ich extrem zufrieden mit dieser Schweiz-Meisterschaft und mit diesem Resultat. Bis zum nächsten Mal.